Hallo zusammen! Ihr seht es schon am Titel. Es gibt schon wieder ein Update zu einem der Fälle, über die wir bereits gesprochen haben. Anissa Wire wurde vor wenigen Tagen aus der Psychiatrie entlassen. Wir erinnern uns, Anissa Wire hatte 2014 mit ihrer Freundin Morgan Geiser im Alter von 12 Jahren ihre gleichaltrige gemeinsame Freundin Peyton in einem Wald mit einem Messer niedergestreckt und dann zurückgelassen, weil sie dachten, sie könnten so dem Slenderman imponieren, eine fiktive Figur aus dem Internet. Peyton hat überlebt, Anissa bekam 25 Jahre und Morgan 40 Jahre. Aufenthalt in der Psychiatrie. Etwa ein Jahr hat die inzwischen 19-jährige Anissa dafür gekämpft, diese Einrichtung früher verlassen zu dürfen. Mehrere Experten haben ihr bescheinigt, dass sie weiß, was sie damals falsch gemacht hat. Sie wäre bereit, entlassen zu werden, bevor die 25 Jahre abgelaufen sind. Dass Anissa freikommt, wurde vor wenigen Wochen beschlossen. Das hatten wir ja bereits. Nun ist aber auch klar, wann und unter welchen Bedingungen. Also, frei ist Anissa schon. Sie befindet sich seit dem 13.09. im Haus ihres Vaters. Das ging ganz schnell. An einem Freitag kam das Urteil vom Richter, dass sie bereits am Montag darauf nach Hause darf. Via GPS wird sie jetzt rund um die Uhr überwacht. Diesen GPS muss sie tragen bis zum Jahr 2039. So lange ist es ihr auch verboten, Peyton zu kontaktieren. Ihr wird ein Betreuer zur Verfügung gestellt. Nur in seiner Begleitung darf sie Termine wahrnehmen. Sie darf das Land nicht ohne Einwilligung verlassen. Internetzugang ist ihr prinzipiell gestattet. Allerdings wird der Verlauf auch überwacht. Und Seiten wie Social Media Webseiten darf sie nicht besuchen. Sie muss spätestens am Abend immer zu Hause sein. Pro Woche muss sie minimum 20 Stunden einer sozial strukturierten Tätigkeit nachgehen. Damit sind Dinge gemeint wie Einkaufen, Ausflüge. Aber auch einen Beruf dürfte sie so theoretisch ausüben. Sie muss sich weiter um die Schule kümmern und zur Therapie gehen. Der Richter begründet seine Entscheidung folgendermaßen. Zitat Ob Anissa bei ihrem Vater bleiben kann, hängt jetzt davon ab, wie sie sich in Freiheit benimmt. Patons Familie ließ durch einen Sprecher verlauten, sie seien über dieses Urteil enttäuscht. Sie waren zwar darauf eingestellt, dass dieser Tag kommt, doch sie hätten sich gewünscht, dass Anissa doch noch etwas länger sitzen muss. Nichtsdestotrotz seien sie mit der Entscheidung des Richters einigermaßen einverstanden. Ja, so viel dazu. Ich finde, das Ganze ist viel zu früh und geht viel zu schnell. Egal wie alt sie damals war, wir dürfen nicht vergessen, das alles war ja geplant über Monate und der Impuls kam von ihr. Vier Jahre kann man durchaus so tun, als hätte man eine Erleuchtung gehabt. Es ist auch nicht fair Paton gegenüber. Ihre Jugend, ihre Unbeschwertheit war nach dieser Sache für immer vorbei. Das bekommt sie nie wieder zurück. Das Einzige, was sie hat, war das Wissen, dass sie einige Jahre ihre Ruhe haben wird. Anissa hat ja einen Abschluss. Sie kann in die Gesellschaft zurück, irgendwann an einen Ort gehen, an dem sie keiner kennt. Und das Ganze wird ihr Leben nicht beeinträchtigen, wenn sie es clever anstellt. Ich wiederhole, ich finde das nicht fair. Und ich glaube, das ist auch das, was Paton stört. Aber gut, so ist es nun mal. Der Richter will ihr eine Chance geben. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.